Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Nico Bastian, ich bin Profi-Rennfahrer seit über zehn Jahren. Mit dieser folgenden Videoreihe möchten wir die Werkstätten und Händler unter euch ein bisschen mehr unterstützen. Gemeinsam mit der Bichon Academy werden wir Probleme ansprechen, aber euch natürlich auch gleich die Lösung präsentieren. Die Bichon Academy ist eure Anlaufstelle für die Fragen aus eurem Arbeitsalltag rund um Feder, Dämpfer und Fahrwerk. Hier bekommt ihr die Lösungsvorschläge, Tipps und Tricks aus erster Hand. Doch wer ist die Bichon Academy überhaupt? Die Bichon Academy teilt sich in zwei starke Bereiche. Einmal der Bereich Schulung Training, zum anderen der Bereich technischer Support. Das heißt, man kann also eigentlich sagen, einmal die Vorsorge durch der eigenen Weiterbildung, unter die Nachsorge. Wenn mal irgendwas schiefgeht, sind wir eben auch direkt für euch da, um dann eben die dementsprechende Hilfestellung zu geben. Im Bereich Schulung Training sind wir weltweit unterwegs. Das heißt, wir bieten Schulung international an. Gleichzeitig gerne natürlich vor Ort bei den Werkstätten, also bei euch oder über den Händler. Aber wir bieten das Ganze auch per E-Training an. Das heißt, das E-Training, da kann ich mir Ort und Zeit selber aussuchen. Ich gehe durch ein interessantes Schulungsprogramm hindurch oder ein virtuelles Training. Das heißt, auf der anderen Seite vom Computer, wenn man so sagen will, sitzt ein Trainer, der dann natürlich durch den Unterricht oder durch die Schulung durch das Training führt und dort eben wirklich die interessantesten Tipps innerhalb von einer Stunde ungefähr erläutert. Ein weiterer Schwerpunkt sind natürlich auch z.B. Bildstein Technical Center, Bildstein Service Center, Bildstein Partner, die wir dann natürlich speziell in den Bereichen Stoßdämpfer, Stoßdämpferbau, Schadensdiagnose und Optimierung von Stoßdämpfern eben dementsprechend ausbilden. Das sind unsere wichtigsten Bereiche und das beziehen wir natürlich ganz klar auch aus der Erstausrüstung, in der wir tätig sind. Wie ihr seht, bekommt ihr mit der Bielstein Academy den direkten Kontakt zu den Experten von Bielstein. Und genau das wollen wir mit dieser Videoreihe ja auch zeigen. Ja, richtig. Durch diese Informationen, die wir bekommen, durch die Erstausrüstung, durch unseren eigenen Stoßdämpferbau, egal ob es aktive oder semiaktive Systeme sind, passive oder Luftfedern, bieten wir das richtige Wissen bedarfsgerecht für die Werkstatt an, machen das Ganze natürlich international und haben dort dann eben die Möglichkeit, durch unsere Schulungsstützpunkte in Amerika, USA, in China oder in Deutschland, dort ist die Bildstein Akademie vertreten, ein interessantes Schulungsprogramm anzubieten. Gleichzeitig bieten wir natürlich einen technischen Support und ein System, was wir Train the Trainer nennen. Das heißt, wir wollen dort international den bestmöglichen technischen Support anbieten. Als zweiten Bereich haben wir in der Bildstein Akademie den technischen Support. Hier beantworten wir alle Anfragen rund ums Fahrwerk. Gerne könnt ihr uns per E-Mail oder auch telefonisch kontaktieren, selbst wenn das Fahrzeug auf der Hebebühne steht und ihr schnelle Informationen benötigt. Wir sind alle Kfz-Meister und Techniker, sodass wir eure Anfragen gezielt beantworten können. Durch interne Schulung bilden wir uns für euch weiter, sodass ihr neueste Informationen erhaltet. Damit haben wir doch schon mal einen schönen Einblick in die Aufgabenbereich der Bildstein Academy erhalten. Auf der Bildstein Website im Werkstattportal könnt ihr Mustafa und Rainer und ihre Kollegen jederzeit gerne kontaktieren und anrufen. Wenn ihr jetzt mal zurückblickend schaut, welche Fragen sind dort immer wieder aufgetaucht? Ja, im Moment haben wir sehr viele Fragen zur Luftfeder. Das heißt, was ist da zu beachten beim Einbau? Kann ich das als Werkstatt überhaupt realisieren? Wie ist das mit dem Werkstattmodus? Gibt es da irgendwelche Punkte, die ich beachten muss? Oder wie sieht das aus mit den Höhenständen? Ja, ergänzend dazu natürlich allgemeine Montageinformationen zu normalen Stoßdämpfern und Fahrwerken und Bildstein B4, B6, B8, ob die eintragungspflichtig sind. Und genau diese Fragen und die passenden Antworten geben wir euch natürlich in den folgenden Videos auch schon mit. Deswegen bleibt dran, gespannt und viel Spaß dabei. Vielen Dank.